einen wunderschönen guten morgen und herzlich willkommen zur neuen folge von staxl wir gehen erstmal ins bett weil der mike ist noch nicht da und das nutzen wir aus ja es ist das neue update draußen es gibt auch schon neue achievements einmal dass man alle käfer auf der galaxy insel fangen muss alle fische dass man couscous mit artischocke und ziegenmilch kocht dass man trauben pflückt artischocken purple nettle keine ahnung was das ist und rhubarb also rhabarber und dass man fassadenfedern und ziegenmilch erntet was auch immer und hallo mike an der stelle noch ich glaube ich habe dir nicht mal gesagt also wahrscheinlich gibt es auch der insel ziegen und dings wir müssen jetzt natürlich rauskriegen wie wir die insel kriegen wir müssen vor allem auch rauskriegen ob wir überhaupt die achievements machen können weil wir hatten hier schon cheats aktiviert und das ist in der regel bei staxl dann der grund warum man keine achievements mehr bekommt was ja irgendwie sinn macht sonst könnte mal einfach reingehen sich alles entschieden und das war's aber ich bin gespannt bis jetzt habe ich noch keinen neuen dorfbewohner gesehen bis jetzt außer alua die bei oscar abhängt und die kommen da möchte oscar ich dachte wir beide sind bestimmt füreinander ja ich habe andere kopfhörer als sonst mein einer kopfhörer ist nämlich abgeraucht 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 er ist mir runtergefallen wie schon 5000 mal davor und jetzt habe ich nur noch sound auf einer seite ich dachte erst irgendwas war am pc aber ja und ich habe mich vorbereitet ich habe schon ein dings einstecken teleportation fernbedienungsdings der booster ich muss ja noch basalt besorgen und dafür muss ich soweit ich weiß darüber in eine andere welt in ein land vor unserer zeit aber erstmal gehen wir noch alter mike betritt den server verlässt den server ja ich weiß auch nicht was mit meinem spiel los ist aber erst gehen wir kurz zu emilia kaufen uns ein paar kekse damit wir speed haben und geben ihr ein paar bananen weil nur weil jetzt ein update draußen ist heißt das ja nicht dass wir nicht emilia weiterhin mit bananen füttern müssen hier banane ja immer noch ein geschenk für dich das hat sich nicht geändert da wird mir im hintergrund nur ein mic vor sich hin stammen ja darf ich davon auch oder? natürlich natürlich darfst du das und ich gönne mir erstmal ein paar erdbeeren muffins gönn dir mal ein paar erdbeeren muffins gönnen sie dir richtige gönnung hui so das ist immer noch die feenwelt die äh laoa welt nenne ich es einfach mal hawaii und äh ja stein und holz hui und hier irgendwo irgendwo gab es hier ja das basalt dann basalt müsste es glaube ich in den äh Minen geben oder? ja ich weiß auch nicht auf welcher stufe ich auch nicht ähm was ja ganz lustig ist wenn man auf marmelade ist oder auf keksen in dem fall auf brownies auf ne nicht brownies muffins äh ist hier durchhüpfen sowas von entspannt und simpel hier nein ich möchte eigentlich nicht einfach irgendwelchen stein abbauen was ist das? das ist Amor können wir auch mal mitnehmen haben wir noch einiges aber nehm einfach mal mit nehm einfach mal mit kann man ja schnell mal so ein stack abbauen ist ja gar kein problem mit so einer kleinen Hacke das problem ist eher das wenns mh rohstein ist ja eklig das problem ist eher das zurechtfinden mhm aber du hast ja deine probleme äh ähm ja vor allem mit diesen labyrinthen hier haben wir eben rumgebaut da gehts nicht weiter da gehts auch nicht weiter unerhört hier ist alles dunkel und alles sieht gleich aus voll und fair mhm Mama, bitte hol mich hier raus aber es sieht so gleich aus ist so mhm das hilft natürlich nicht viel weiter nicht nee schade nee 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 die Mutti ist nicht gekommen um mich abzuholen so das ist aber wo bist du? Mutti alles noobs außer Mutti ja so durch die erste Ebene sind wir durch blopp 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 mein bock mein erstes bock wollte ich nicht so wieso hat sich hat sich er so verkränkelt angehört blopp Corona blopp nein oh shit sind wir tief gefallen ja so sind hier in der roten Ebene schon die Basalt Dinge hast du die nicht irgendwie schon eher gefunden? ne im ersten sind jetzt auf jeden Fall äh Kalk und Marmor hab ich da gesehen aber ich weiß nicht ob beim roten oder beim 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 gelben beim Basalt kommt weiß ich auch nicht oder ob das theoretisch sogar schon im ersten da ist hm also hier sieht's auf jeden Fall nicht so aus als gäb's hier Basalt Basalt? wo bist du? hallo 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 Jogi wo 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 hehehe 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 was 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 gar nicht war hehehe lügen über lügen ich verreste neben dir hör auf zu nuscheln hehehe man da bin ich reingekommen oder? bin ich da reingekommen? ja da bin ich reingekommen hast du absolut recht hehehe oh das ist ja der Scheiß den Weg hier zu finden wo ich rüberkomme auf die andere Seite oh ey was ist los hier was da los? ja mit etwas Glück schafft das Mike noch heute auf dem Server hehehe machen wir was ganz spezielles machen wir was ganz spezielles zu fett um durch die Tür zu kommen oder was? jetzt hier rüber hallo ok da oben sind wir rein da haben wir keinen Weg gefunden da ist das Tor ach was ist das für Unterwassertrops hier hm da sind wir reingekommen könnte Moment hier sind wir eben runter gefallen das heißt wenn wir diesmal ein bisschen ja es ist möglich hier hoch zu kommen ohne runter zu fallen das ist doch schon mal gut dank der Marmeladen Power gar kein Problem Muffin Power in dem Fall natürlich so aber hier oben ist nichts was irgendwo hin führt aber da führt etwas hin aber das ist einfach nur das wo wir reingekommen sind da führt was rüber wo führt das hin? das führt in diesen Raum in zwei Eingänge das heißt hier wird es ja theoretisch wieder rüber gehen zu dem anderen also zu dem wo wir angefangen haben ich mag diesen Weg so überhaupt nicht hallo wand jetzt noch eins quer durch die Wand so ok wir sind wieder im Startraum das ist schon mal ein Fortschritt oder auch nicht ok angenommen wir kommen wieder durch das Tor wir gehen hier rüber typ 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 dann gehen wir hier rüber und dann würde ich sagen müssen wir rein theoretisch weißt du da geht es ja rüber zum Anfang dann wählen wir hier den richtigen Weg und kommen hier irgendwo runter wo noch mehr roter Stuff ist erst mal zehn Rohstein finden das sind Dinge die ich in Schatztruhen finden möchte nach zehn Jahren haben die Piraten auf hoher See endlich ihren Ort gefunden wo der Hund 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 Lilly hey hey du Hund hallo der Hund rastet vollkommen aus er will auch einen Schatz finden da wollen wir hin da wollen wir hin Lilly wir haben den Schatz gefunden alles gut ey hör mal auf zu graben ähm bin ich jetzt gerade automatisch ok 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 bin ich jetzt in der Schleife gefangen nein bin ich nicht was bist du ich hab grad gedacht also ich bin grad durchs Tor und bin automatisch wieder durchs Tor und dann bin ich automatisch wieder durchs Tor und dann bin ich automatisch richtig wieder durchs Tor wieder durchs Tor aber jetzt bin ich in der Goldwelt und in der Goldwelt siehst was Basalt huiii ja und jetzt bist du wieder willst du wieder aufs Bett drauf Pech gehabt so bisschen Basaltfarben müssen wir nur aufpassen dass der Boden gleich nicht Lava ist weil hier irgendwie Lava rauskommt aber ich glaub das kann hier nicht funktionieren dann schlagen die Schöne hier unten ab weil dann fällt alles runter ja brauchst du eigentlich noch gelbe Kristalle ja stimmt ich hab ja noch nicht alle Werkzeuge okay weil dann könnte ich dir tendenziell welche mitbringen ja bring mal welche mit dann bring ich mal gleich noch welche mit wenn wir grad schon hier sind und ich würde dann fast mal sagen wir müssen mit Maximilian oder so reden um die neuen Sachen vielleicht zu bekommen vielleicht kann ich sagen hey wir haben jetzt eine neue Brücke Richtung Galaxy Island oder äh Apen das kann natürlich auch sein das müssen wir auf jeden Fall rausfinden weil äh oder was ich mir gut vorstellen kann äh auch Jamie ja auch das wäre eine Option so im Sinne von hier eine neue Galaxie im Endeffekt ist es Oscar weil ich habe ja erst gedacht das einfach irgendwie ein anderer Bewohner oder so spawnt aber da habe ich bis jetzt keinen gesehen hmm alles sehr mysteriös also eigentlich nicht so aber so dann sammeln wir den Mike gleich mal noch ein paar gelbe Steinchen schlabbert der Hund ein bisschen Wasser auf so komm komm die nehmen wir auch noch mit klub können wir auch mal ordentlich reinhauen würde ich sagen einmal ordentlich reinhauen zum mitnehmen danke ok Hund was hat er gemacht was hat er gemacht hinter mich auf den Boden geworfen geworfen ja also umfallen lassen wie Hunde das nun mal tun blub 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 ach komm den Stack machen wir noch voll ich bin mir nicht so sicher ob wir jetzt wieder hier rauskommen weil wir haben die Fernbedingungen daher gar kein Problem aber angenommen wir hätten sie nicht könnte schwierig werden nachdem wir jetzt so effektiv den Weg nach oben abgeschlagen haben einfach mal Dinge über dem Kopf weg die ist im echten Leben eine bescheidene Idee weil die fallen runter und naja auf dem Kopf drauf so ne aber so und da ist ein kleiner gelber Kristall da ist noch einer das war nur Kalkstand den will doch kein Mensch blub das finde ich halt geil dass ich einfach hier oben stehen kann und hier dann einfach ganz entspannt von 5km Entfernung mit meiner Spitzhacke Dinge bekloppen kann kleinchen ups muss da hochkommen da so so da ist noch einer da ist noch einer da ist noch einer ich sehe es doch leuchten ich sehe es leuchten und wir haben den nicht mal eingesammelt da schlage ich ihn schon weg und dann nehme ich ihn nicht mit nein so oh und eigentlich noch weiter oh hier unten sind ja noch lauter Steinchen die dürfen wir natürlich nicht einfach hier liegen lassen so 24 Stück das sollte erstmal reichen und ab nach Hause ab nach Hause ab ins Bett ab ins Bett Zeit zu schlafen und ein eine dann und und gute Nacht gute Nacht und ich helfe dir gleich aus Bett alles gut Neuer Tag, neues Glück. Hallo Kühe. Also auf so Ziegen hätte ich ja jetzt schon Bock. Also auf so einen Ziegenbock. Ich habe fast verlaufen. Hallo Oskar, guten Morgen. Gibt es was Neues, Oskar? Ja, der Bild liegt hier überall herum, das nimmt immer Hand. Ich muss mir vielleicht einen Lehrling suchen. Okay, ich dachte jetzt Alua wäre sein Lehrling, aber nein. Maximilian, gestehe. Jogi, wenn ich so darüber nachdenke, du bist wie gemacht für das Amt. Du musst noch einiges lernen, bevor es soweit ist, aber du solltest es wenigstens probieren. Ähm, was denn jetzt genau? Wir sollten öfters Festivals machen. Oh, okay. Also für irgendein Amt bin ich wie geschaffen, aber halt noch nicht jetzt. Bun in der Kiste. Ahn in der Kiste. Fangkiste. Schwein in der Kiste. Keine Ziege in der Kiste. Ich meine, wer würde auch eine Ziege in der Kiste sperren? Aber trotzdem. Jo, Emilia. Der Lippenstift, den ich letztens bestellt habe, hatte die falsche Farbe. Ich habe ihn letztlich beschenkt. R, es schien jedoch nicht haben zu wollen. Oh, okay. Ups. Ich habe nicht hinter dir eine Scheibe eingeschlagen. Nimm diese Banane und kreide dich nicht um. Ess sie erstmal auf. Genau. Sehr gute Idee. Sehr, sehr gut. Ich kenne dich halt sehr, sehr gut. So ist das, wenn man jemanden stalkt. Ich weiß alles über dich. Wann du deine Banane isst. Wie du deine Banane isst. Also, meistens morgens werde ich zu dir kommen und sie dir bringe, aber... Nein, das Fenster war schon nicht. Ich repariere das mal. Das war schon draußen. Ja, so. Das hat nichts mit mir zu tun. Genau. Geh du mal rüber und ich snack mir ein paar Schokoship-Muffins. Gestern hatten wir schon Erdbeer. Genug gesundes Zeug. So, also Maximilian hat nichts Neues verleutet. Aber live. Live, komm. Oh, live. Psst. Oh nein. Ich kann mein pinkes Hasen-Handy nirgends finden. Was soll ich jetzt nur tun? Mein Leben ist ruiniert. Ja, dann suche ich ihn danach. Du hilfst mir bei der Suche? Danke, Yogi. Bitte bring es so schnell wie möglich zu mir, wenn du es gefunden hast. Live hast du vielleicht Ziegen, Schaf, Hahn, Huhn, Huhn, Nein. Ja, gut. Oh, das ist ein Handy. Ein Hasen-Handy. Nehmen wir das doch mal. Und zeigen es erst mal live. Guck mal live, ich habe dein Hasen-Handy gefunden. Oh, du hast pinkes Hasen-Handy gefunden. Danke, danke schön. Ich freue mich ja sowas von. Vielen, vielen Dank. Worauf wartest du? Her damit. Ja, natürlich. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, was ich ohne deine Hilfe getan hätte. Also, bitte lass mich dir dies als ein Dankeschön übergeben. Yay, Feuerwerk. Freuen wir uns gemeinsam. Gut, wir wollten aber eigentlich mit ihm sprechen. Hallo, Yogi. Bist du hier, um einen Brief zu verschicken? Er fragt mich, ob ich hier bin, um einen Brief zu verschicken. Und meine Antwortmöglichkeiten sind ja oder hier ist jemand, der dich sehen möchte. Wir klicken gleich auf eins, aber das nächste Folge, übermorgen, 17 Uhr, bis dahin gesund bleiben, reinschauen, bei anderen Dingen. Und ja, wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo, Fragen, Wünsche, Antworten, wie immer in die Kommentare. Und wie gesagt, übermorgen, 17 Uhr geht es weiter. Hau rein, bleib gesund. Bye, bye. Bis discarded, das ist leider discard, bei Ihnen. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.